Willkommen zur nächsten Folge Battle Staffel 3 und heute, in der Folge müssen wir nach oben gehen, leider. Ich versuche das Schwert irgendwie oben weiter zu farmen, um das noch zu kombinieren. Wir werden wahrscheinlich kämpfen, habe ich Bock drauf. Gegen Flan habe ich Bock, weil Lukas habe ich schon gekämpft. Flan wäre echt lit, aber mal schauen, wie sich die Sachlage ergibt. Wir können wieder drauf, wenn Tom drauf ist, nicht Woldi. Richtig Abwechslung. Ähm, ja, warten wir einfach mal kurz. Ja, sind schon alle drauf, Jolo. Ich will hier als letztes hier, ist geil. Ist lit, muss ich echt sagen. Wo bin ich, ach hier. Okay. Come on. Okay, einen Schaden. Wow. Wow. Ähm. Ja, super. Geil. Was ist das? Ja, geil. Wir müssen jetzt nach oben halt, das ist echt RIP. Das ist echt RIP. Ey, ich habe so wenig Platz, Leute. Das glaubt ihr nicht. Das ist halt so RIP. Kann mich nicht mehr spitzhacken. Okay, RIP. Ja, gut, wir müssen nach oben. So ist das nun mal. Wo komme ich eigentlich her? Ich habe keine Ahnung. Von hier an her. Ich glaube, hier geht er mein Weg nach oben. Durchaus möglich. Naja. Naja. Mal schauen, ob es hier hoch geht. Ja, hier ein bisschen. Ist schon nice. Ist nice. Okay, bauen wir uns hier hoch. Ähm. So. Ey, ist halt echt so geil, wenn wir das Schwert noch fertig machen würden. Ist ja so lit. So lit. So lit. Okay, machen wir das so kurz nach hier weg. Sind ja auch schon gleich oben. Das passt schon. So. Weiter geht's. So. Alles klar. Ich mache ja bald hier den Simon. Oh Mann. Aber als ob sich Flann und Lukas einfach nicht sehen. Das finde ich krass. Ziemlich, ziemlich krass. Okay. Ich wette. Ich werde vorher gekillt, bevor ich das Schwert fertig habe. Ich wette es. Wow. Geil. Das ist super. Ja, komm. Was brauchen wir denn nicht? Ja, Eisenschutz. Komm. Lol, die Booter wird kleiner. Lol. Shit. Fuck. Fuck. Ja, komm. Ist egal. Müssen irgendwo. Gute Platz haben. Okay, hier ist ein Werkpunkt. Ja, wow. Nee, das ist Verschwendung. Leute, das ist ja so riskant. Das klappt dir gar nicht. Na super. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Ich werde jetzt versuchen, in Spawn zu gehen. Zum Nether. Ach, du Junge. Er schreckt mich doch nicht so. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Ähm, zack. Jetzt noch ein bisschen Kohle. Wow, da unten ist echt Kohle. Da ist echt Kohle. Hätte ich nicht erwartet. Ach, ja. Okay. Scheffe 2. Wow. Okay. Redstone. Wer braucht Redstone? Puh, das ist jetzt ein bisschen langweilig, aber ich will das Scheffe 4 Schwert haben und dann ist schon, ist schon geil, wer. Sehr schön geil. Realitik. Leute, was ist das? Vielleicht sucht mich ja Flammen, wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Ich suche jetzt Flammen. Dann kämpfe ich einfach. Wie viel kostet das eigentlich? Ah, 4 Level auch nur das. Ach, Mann. Oh, Mann. Es hat nur 4 Level. Ich dachte schon, da wäre einer. Ach, komm. Zack. Ich will halt auch sehr gerne fighten, aber wenn der Shadness 4 schon dann betrachtet ist. Ach du Scheiße. 16 fucking Level. Ich muss halt zum Spawn. Ich muss. Oder ich finde Flammen. Wäre halt besser als Lukas, aber wäre schon geil. Wäre lit. Okay. 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 Hallo. Okay. Okay. Pack des Jahrhunderts. Alter, dieses Wetter. Alter, was zum Teufel. Okay. Okay, da ist der Spawn. Mal schauen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich müsste eh von der anderen Seite kommen. Ja gut. Hab ich gesagt, dass da die Leute sind. Wow. Genau das wollte ich erreichen. Oh shit. Oh shit. Ähm. Zack. Genau das Leute. Ist irgendwo noch netter Quarz. Ja müsste eigentlich. Ja ja. Und jetzt vielleicht noch 16 Level. Es geht ja eigentlich relativ schnell. Oh ja. So. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.